Was mache ich am 3. September? Ich hoffe das, was alle hier in der Region machen werden. Zum Tag der bunten Vielfalt gehen nach Papenburg. Denn wir feiern 50 Jahre Lukasheim. Mit vielen Vereinen, am ganzen Gasthauskanal, mit tollen Angeboten, von der Musik der Emsland-Hilly-Billys bis hin zu herausragenden Talkgästen, da ist für jeden was dabei. Das wird ein Fest der Familien sein, aber insbesondere ein Fest für das Lukasheim. Und das ist wahrlich einer solchen Feier wert, denn wenn es das Lukasheim nicht gäbe, müsste man es erfinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017